Mir ist einfach gleich viel gezeigt worden und einfach auch gleich erklärt worden oder gezeigt worden, dass ich da Verantwortung habe und das finde ich auch, das ist das Schöne an deinem Beruf, weil mit der Verantwortung einfach man selber wächst, die Persönlichkeit wächst und das ist auch etwas ganz Tolles in der Arbeit.